Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um ins Bett zu kommen. Bitte, bitte. Ah, jetzt kann sie auch reden. Sie denken, ich bin verrückt. Sie denken, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Dann die Butterfly fliegt. Und ich habe einen Foto. Entschuldigen Sie ihn aus! Ich kann alle sagen, dass Nathan Prescott ein komisch ist, der sich ein kleines Mädchen zu sprechen. Ich weiß nicht, wer ich bin, oder wer du mit? Was machst du das? Was machst du? Komm schon, du das Ding! Ah, das ist passiert. Das ist passiert, und du kannst. Ich brauche einen Hammer, um es zu öffnen. Ach so. Boah, fuck off! Ich hab's verkackt, Alter! Na, schon wieder verkackt! Oh Mann, ich verkack das ständig! Ich hab's nicht gesagt, ich hab's nicht gemacht, ich hab's nicht verkackt, ich hab's nicht gewiss. Keine Stellen, Okay, erste Quest. Ich hab's nicht verkackt, richtig gut. Ich bin der beste... Ich fühl's nicht so schlecht. Another shitty day. That did not happen. Das kann nicht real sein. I just saw a girl get shot and then saved her what the fuck is going on what the fuck is going on do not freak out this kill is on fire do you hear that fire alarm that means you should be outside I had to use the bathroom girls always use that excuse excuse for what for whatever you're up to your face is covered in guilt the alarm tripped me out then trip on out of here missy or are you hiding something huh thank you mr. Madsen the situation is under control there's no emergency here leave miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job you look a little stressed out are you okay she looks like eyes right this ringer in the air is that all you think about you could always be up front with me max or have you done something wrong is that it well max talk to me ah die Wahrheit war bergen rum i just got sick in class ups now get outside class please no he does not buy that at all i may have just flushed my scholarship down the toilet then we go back and have a new conversation with him you look a little stressed out i just saw Nathan Prescott waiting a gun around in the girls room Nathan Prescott you sure yes he was in the bathroom talking to himself with a gun i saw everything he was babbling like crazy okay slow down slow down so now you saw this without him seeing you i was hiding behind a stall i have the right to be there it's the girls room i know i know i just want to be completely clear what happened mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of blackwell's most honored students so it's hard for me to see him brandishing me girl mega behind that so what happened next then then he left i ran out here wondering what to do are you gonna bust him this is serious charge i'll look into the matter first thank you for bringing it to my attention that's it after what i told you will continue this discussion later are you behinderter so you should have to think about something else can it be a little option that i can be able to decide of course this academic drone will not do anything since the Prescott family owns blackwell now should i rewind and change my story was can i just say you look a little you look a little Nelven melden oder die Wahrheit verbergen. Fuck. Shit, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich die Wahrheit verberge, kriege ich anscheinend vor meinen Eltern. Wenn ich Nelven melde, wird der Typ mich wahrscheinlich erschießen, Alter. Das ist so dumm. Hallo, Stromski. Boah, ich werde die Wahrheit verbergen, Alter. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das mache. Dann gehe ich habe ein bisschen Anschiss, aber... Melde dann halt einen Kackspaten. Ey, du arbeitslose Arbeitslose. Alter, ich bin nicht arbeitslos. Ja, dann warte, dann sehe ich nochmal die Zeit zurück. Fick auf, ey. Dann melde ich den jetzt, den Kackspaten. Bestimmt wird er mich danach erschießen, Alter. Ich sage es euch, hinterher bin ich tot, ey. Ich habe das Ende jetzt... Damit suche ich mir das Ende aus, wo ich sterbe oder so. Fuck. Okay, ich habe den gemeldet. Ich sehe jetzt, dass das Nerds da auch eingeschaltet hat. Wer guckt denn gerade? Ist das Marcy? Okay. Dann gehen wir jetzt mal raus, wie er gesagt hat. Ich habe den Kackspaten gemeldet, weil der Chat das gesagt hat. Holy macaroni. Ja, Marcy, darf ich das auf dem Let's Play-Kanal hochladen hier? Wen des Let's Plays, frage ich nach, ob ich das auf dem Let's Play-Kanal hochladen darf. Ich nehme das hier gerade nebenbei, nehme ich auf. Keine Ahnung. Oh, wir haben ihn gemeldet. Jetzt gibt es Ärger. Rachel Amber. Rachel Amber, sie sieht so aus und so aus. Achso, die ist vermisst. Okay, werden Sie bitte eine Information. An Cheryl von Acadia Bay. Okay, alles klar. Kann aber auch nur nachher gucken. Ja, wie gesagt, Slomsky, vielleicht sagt Marcy, ist okay, dann darf ich es auf dem Let's Play-Kanal hoch. So Leute, wo muss ich jetzt hin? Oh, nicht Zeit zurückdrehen. Ach, falsch stopp gedrückt. Oh fuck, ich wollte rennen. Okay, wir schauen uns ein bisschen auf dem Campus um. Ach, diese komische Modo-Kunststudenten, ey. Das sind alles Spaten. Guckt es euch an hier. Oh, ich habe eine Nachricht von Warren. Ich bin am fliegter Tag. Ich sehe noch ein paar Klassen. Ich bin cool, will es schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. What? Boah, was? Ist das hier ein Psycho? Das ist was so schlimm wie ich. Alles klar. Marcy gibt okay. Das heißt, dieses Let's Play wird auch von der... Dann guckt ihr jetzt gerade auf dem Nerdser-Kanal wahrscheinlich. Auf dem Nerdser-Let's Play. Du wirst nach dem Unterricht einen Kaffee. Ich brauche eine Ausrede, nicht zum Lernen, bitte. Sieht auf jeden Fall... Alter, der... Achso, okay, warte mal. Das sind andere Tage. Das sind andere Tage. Heimels, kannst du mal ein Stick mitbringen? Brauche ich irgendwas um Platz. Hallo? Innerhalb von einer Sekunde muss ich zurücktexten, alter. Direkt so ein Hallo. Das ist nicht mal eine Minute vergangen. Okay, bis gleich. Hoffentlich. Was bist du denn wie ein Arschloch, alter? Du ernsthaft, ey. Ey, nein, nein, nein. Was? Ich muss ein USB-Stick holen? Von wo? Wo stehen denn meine Quests hier? Ich habe keine Ahnung, wo meine Quests stehen. Ja, ich habe auch nur das erste Viertel hier gespielt vom Spiel. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Also, die ersten 20, 30 Minuten bis hierhin irgendwie um den Dreh und dann war es auch schon wieder beim vorbei. Achso. Ich muss ein USB-Stick auf dem Parkplatz, wartet er auf mich, ja? Okay. Auf dem Parkplatz. Ist das der hier? Ne, das ist jemand anders. Wer bist du? Warum leuchtet was? Was ist das? Ach, eine fucking Drohne, alter. Ich denke, was ist das für ein Grafik-Bug? Wie fliegt denn die Drohne? Einer von euch? Groots hier oder was? Ne. Hau mal Justin Timberlake hier. Yo, Justin. Skaten? Okay, fuck off, Arschloch. Jetzt gebe ich dir die krassen Infos hier, alter. Yo, Justin. Check out the movie. I came to Nose-Slide. But I'd love to see somebody do a tree-flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Mach mal so einen tree-flip hier. Go for a tree-flip. Let's get Trevor all over that action. F! 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 Gambier ist zu sehen. WasUTTERR? Er! Hier dieser Justin ist Trevor Trick machen und schत學 irritiert sich hart die Klöten, Alter! Was geht denn ab hier? Ich bin dumm. Mach ein Foto, mach ein Foto von! Ey, Wofür geil! Ey, Pfoll geil. Voll mein Ding. Jawohl! Oh Gott Okay Trevor, alles cool bei dir? Nee, ich kann mit dir nicht mehr sprechen, ey Die sitzen hier aber mega cool so, ohne Ich hab ne Hose an Doch, so ne kurze Sportlerhose, so ne Fußballhose Weil es warm Das war ich mal Keine Ahnung, was er gefragt hat jetzt Der Chat fragt schon, ob ich Später Taschentücher aber auch noch werde Nee Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was passiert Ich lese mal an, das ist voll die emotionale Geschichte hier Du hängst mit Victoria rum Fuck that I'd rather Rollerblade than hang out with snobs like her Punkerfreunde? Who was Rachels Punk-Friend? I can't remember her name She was hot Tats, blue hair, hardcore She stopped hanging out with us after Rachel disappeared Ran away Noch ein bisschen ausfragen Also diese blaue Punkerperle ist die Freundin von der, die entführt wurde Oder die verschwunden ist, sag ich mal Posse und sie raus mit einer Borde Let's chillen später, Justin Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Okay. Komm, den Daniel, lass ihn mal seine komischen Bildchen malen. Mädchen, du liegst in Hundekacke. Da liegt Hundekacke. Da liegt fett Hundekacke und du liegst da drin. Dummes Stück. Springbrunnen, kann ich den fotografieren oder so? Ich will kein Monolog hier hören. Gleich können wir noch die Tiere angeflogen und dann ist hier Schneewittchen oder was. Dann fängt sie an zu singen. Nee, 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 du. Ah, da ist die mit der Drohne hier. Hey, Alter. Ganz ehrlich. Was ist denn das für ein arrogantes Stück? So, ja, du willst doch mal eine Drohne fliegen. So, ey, fahr auf, man. Weiter ein Stück Drohne und weiß, was ich, ey. Flieg da mit jemand anderem auf den Sack. Ey, warum darf ich nicht fliegen? I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Behinder das Stück. Ich will die Drohne fliegen. So. Ey. Jetzt sind sie. Hey, Hayden. Hier sie ist. Der retro Selfie-Master. Was ist denn der Vortex-Club hier? Sind da die ganzen Möchte-Gänzchen oder was? Die liegen alle in der Kacke. Ich will die Vortex-Club hier in der Vortex-Club hier in der Kacke. So, you knew Rachel Amber. I knew she liked the party. On the beer round. Oh, wow. Oh, yeah. Die feiert mich. Das ist die Party-Maus. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Um, uh, whatever happens to people who disappear without a trace? Mochte Victoria Rachel. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel. Even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex-Club? No. Rachel was like her own Club. Oh, alles klar, Masi. Wir sehen uns. Viel Spaß beim Arbeiten. Ich arbeite auch. Heh, heh, heh. Hier. An mir selber. Mit der Max. Ich bin Max. Bode Puppe töten. Das ist ein Voodoo-Doll. Kill the rich kid. He's all right. And a fun guy to hang with. Mit der Cam hier alles. Das wird alles so aufgenommen, wie es ist. Also, wenn OBS das so aufnimmt. Er wirkt labil. Im Chat wird geil gefragt, ob ich es komplett aufnehme. Ich weiß nicht, ich will später hin. Mehr aus Gesicht, weniger durch. Ich kann mit der nicht zoomen. Also im Chat wird gesagt, ja, wäre cooler, wenn ich festgemalt näher ist. What the fuck, Alter? Ich hänge voll fest. Ich hänge fest. Nein. Was ist das denn? Ich habe das Spiel im Arsch gemacht. Oh, boah. Okay, geht doch wieder. Im Chat wird gerade gesagt. Später im Spiel soll ich festmachen. Ich kann ja später mal gucken, dass ich es näher mache. Ich glaube, für jetzt reicht es. Ich werde später mal gucken, dass ich es machen kann. Dann werde ich die Cam näher machen. Hier vorne kann ich es ja auch hinstellen. Ich kann halt nur nicht mit dem Textding zoomen. Soll alles gehen, ja? Der Besoffener auf dem Boden hat mich festgehalten. Aber Leute, ich kümmere mich drum, ja? Ich glaube, für den ersten Part ist es okay, ne? Also für die erste Stunde oder was ich jetzt hier aufnehme. Ich werde auch zwischendurch immer spielen. Ich werde es auf Twitter dann ankündigen. Ich habe keinen Bock, mit Luke zu labern. Auf den Parkplatz muss ich jetzt gehen. Ähm. Wie gesagt, ich werde es immer ankündigen, wenn ich es dann streame hier zu dem Wohnheim. Ist das hier die Parkplatzgeschichte oder was? Ich habe ein paar Jahre dran. Ich werde es jetztzić, aber auch nicht. Ich habe hier eine Zeit, wo ich sie dir in. Ich habe hier. Ich habe hier auch Angst. Hier ist das hier.